Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Mod Magical Crops. Nicht wundern, wenn ihr noch andere Sachen seht, die nicht zu dem Mod dazugehören. Ich spiele das hier im Mod-Pack und in diesem Mod-Pack zeige ich euch auch noch die ganzen anderen Modifikationen in diesen Mod-Reviews. Und von daher nicht wundern, wenn ihr andere Sachen seht. Heute beschäftigen wir uns hier aber nur mit diesem Magical Crops Mod. Ja, ihr seht schon, was sind das hier für Pflanzen. Das sind halt Magical Crops Pflanzen. Und ihr seht schon, das sind aus wie Enderperlen, das sind aus wie Kohle, wie Diamanten hier. Und das ist es auch. Ihr könnt hier mit euch Diamanten, Enderperlen, eigentlich alles, was es so in Minecraft gibt, euch züchten durch Pflanzen. Mal ganz einfach erklärt. Ups, das wollte ich nicht machen. Wenn ihr neun von diesen Pflanzen habt hier mit diesen Diamanten, bekommt ihr Diamantessenzen raus. Wenn ihr die in die Crafting Box legt, also neun Stück, komplett voll, kriegt ihr einen Diamant raus. Und ohne jetzt irgendwie das großartig zu fahren, könnte man machen auf jeden Fall. Im ersten Blick, oder im Moment, dass dieser Mod-COP ist. Aber, bis man zu so einer Diamantpflanze kommt, ist es echt ein langer Weg. Und den zeige ich euch auch gleich. Den Weg zu einer Diamantpflanze. Und so ist es natürlich auch mit den anderen Sachen. Zu manchen Sachen kommt man relativ einfach wie Kohle. Aber zu anderen wie Diamanten ist wieder richtig schwer. Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sich da ein bisschen Zeit für nimmt und da einiges dann zusammenfarmt. Hat man auf jeden Fall was Cooles und muss ja generell nicht mehr so oft Farmen gehen. Aber bis man hier ist, wie sowas hier, braucht es auf jeden Fall einiges an Zeit. So, fangen wir auch direkt mal an. Mit der Grundlage. Es gibt hier die Essenz, den Essenzohr und den Natter-Essenzohr. Also diese Essenzohr gibt es einfach hier in einer normalen Welt, in Höhlen und so und im Meta. Wenn ihr die abbaut, das kann ich auch mal gleich machen mit einer Spitzhacke. So. Bekommt ihr. Erfahrung und Essenzlast. So. Das bekommt ihr davon und ja, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Das hier sind alle Seeds, die es so gibt. Also erstmal grob. Wenn ihr Mods hinzufügt, die irgendwelche speziellen Pflanzen oder Erze haben, wenn es größere Mods sind, verträgt sich das mit diesem Mod hier und dann kommen Seeds dazu, zu dieser Modifikation und ist also nicht nur vom Mod, nur die Seeds, sondern auch generell können Sachen dazukommen. So. Dann gibt es die ganzen Essenzen. Das ist jetzt auch nur ein Teil davon, aber ein Großteil. Je nachdem, wie viele Mods ihr installiert habt. Ja. Die Essenzen bekommt ihr, wenn ihr dann die Pflanze abbaut. Und ja, fangen wir jetzt einfach mal an mit der Grundlage. Wenn ihr dann diesen Essenzlast habt, braucht ihr einen Diamant, macht den Essenzlast rum und bekommt dann hier diesen Weak Infusion Stone. Der ist wirklich die Grundlage für alles andere. Ja, mit diesem Weak Infusion Stone könnt ihr nochmal dann Essenzlast rum machen und bekommt dann diese Weak Essence. Und mit dieser Weak Essence könnt ihr dann den ersten Seed machen, zum Beispiel den Cold Seed. Dafür braucht ihr einfach einen Weizenkorn, vier von diesen Weak Essenzen und vier Kohle. Ihr seht es schon, vier Stück. Das heißt wiederum vier Diamanten, dass ihr vier Weak Infusion Stones bekommt. Dann wieder hier nochmal Senz das, um die Weak Essence zu bekommen. Und dann das hier, um einen Seed zu bekommen. Natürlich ist es so, wenn ihr so eine Pflanze abbaut, bekommt ihr auch wieder einen Seed zurück. So ist es natürlich nicht, dass ihr dann das mal, also jedes Mal neu machen müsst. Aber ich meine, nur für Kohle ist schon relativ viel Aufwand. Und ihr seht, diese ganzen Tool Stations, die sind jetzt alle hier für da, dieser Weg hier, um den Diamant Seed herzustellen. Und das zeige ich auch noch erstmal kurz, weil das nicht so großartig erklärt wird. Ihr nehmt euch also diesen hier, Weak Infusion Stone, packt ihn hier rein und macht eine Essence of Coal. Also ihr müsst erst diesen Schrift geben, dass ihr Kohlpflanzen habt. Bekommt dann diese Coal Essence, also Coal Essence. Macht die drumherum, das neun Stück für einen. Ja, also ihr braucht neun Samen rein, natürlich wenn ihr das auf einmal machen wollt, oder neunmal hintereinander. Äh, achtmal meine ich. So, dann macht ihr das, bekommt ihr den Regular Infusion Stone. Packt den hier rein mit nochmal Weak Essence. Weak Essence wisst ihr ja. Hier nochmal. Dann bekommt ihr Regular Essence. Dann braucht ihr wieder vier Stück. Dann vier Redstone, ein Weizenkorn, dann kommt ihr Redstone Seeds. Um erstmal in Redstone zu kommen, echt ein großer Aufwand, finde ich. Dann mit dieser Redstone Essence könnt ihr dann, also übrigens zum Beispiel, es gibt auch mit anderen Essenzen, wie zum Beispiel Cloverstone oder andere, könnt ihr dann gucken, äh, diesen Strong Infusion Stone. Ich kann euch hier nochmal zeigen, also es gibt dann nicht nur diese eine Möglichkeit mit Wetzeln, sondern auch mit Obsidian, Cloverstone, Eisen, Gold, Gas, also alles mögliche. Wir geben das jetzt als Beispiel, die Redstone. Dann bekommt ihr hier diesen Strong Infusion Stone. Mit diesem Strong Infusion Stone könnt ihr dann wieder mit Regular Essence Strong Essence herstellen. Mit dieser Strong Essence könnt ihr dann den nächsten höherwertigen Seed herstellen, nämlich den Eisenseed, mit vier Stück von diesen Strong Essenzen, Eisenbahnen und Weizenkorn. Dann könnt ihr damit wiederum, wenn ihr dann Eisenessenz habt, und nochmal so einen Strong Infusion Stone, könnt ihr den Extreme Infusion Stone machen. Mit dem könnt ihr dann wieder mit Strong Essence, die Extreme Essence herstellen, und mit der Extreme Essence, vier Diamanten und einem Seed, dann endlich den Diamant Seed. Also ihr seht, es ist wirklich, wirklich aufwendig, so einen Diamant Seed zu bekommen. Wenn ihr den da einmal habt, habt ihr eine Diamant Pflanze, und dann habt ihr das dann auch quasi, ähm, wenn ihr genug Zeit mit unendlich Diamanten, könnte man so sagen, ähm, halt nur auf Dauer gesehen. Wenn ihr sowas habt, dann macht ihr das ein paar Mal, habt dann am besten neun Stück davon, äh, und immer wenn ihr die erntet, habt ihr einen Diamant mehr. Und so geht es natürlich mit den anderen. Ihr habt gesehen, für Kohle ist natürlich relativ einfach, aber, für Sachen wie höherwertig sind, die auch so seltener sind, muss man natürlich auch ein bisschen was für tun. Von daher ist dieser Mod auch nicht OP. Ähm, dann noch ein paar Kleinigkeiten zu dem Mod. äh, die Füge noch drei Rüstungen hinzu. Ähm, ich hab gehört, also in Foren, als es wird nie irgendwo genau geschrieben, könnt ihr mal selbst gucken im Internet, also es gibt relativ wenig Informationen zu diesem Mod. Und auch auf YouTube. Ähm, ich hab gehört, dass dann diese Essenz-Infused-Boo, also Rüstung und diese Essenz-Infused-Lagons, diese zwei verschiedenen, wenn ihr die anhabt, dass die Pflanzen schneller wachsen, wenn ihr dort in der Nähe seid, hab ich es auch nur da gelesen, ob das jetzt sogar auch stimmt, habe ich es nicht ausprobieren können. Und, ähm, die hier, ähm, was ist die hier? Wartet mal. Muss kurz gucken. Ähm, muss mal ganz kurz schauen, welche das von denen war. Essence, ja genau, diese, ja, die hier, die ist unzerstörbar, also die halt quasi, wenn ihr die einmal habt, dann habt ihr die für immer. und so geht es auch mit den Schwertern, wir haben hier einmal diesen Essenz-Infused-Sword, dann das andere und das letzte hier. Und dieses letzte ist auch unzerstörbar, wenn ihr es einmal habt, es verliert keine Haltbarkeit und ist unzerstörbar natürlich mit Lava oder Feuer, wenn ihr es reinjobbt, klar, aber so an sich, ähm, ja, nutze ich das nicht ab. Von daher relativ gut auf jeden Fall und ist besser als ein Diamantschwert. Das hat, Moment, können wir gucken, äh, neuen Angriffschaden und ein Dia-Schwert können wir auch mal gleich gucken. Habe ich so viel, ich weiß, acht, sieben, okay. Äh, also ist auf jeden Fall deutlich besser als ein Diamantschwert und das kann man sich auch noch verzaubern und von daher hat man da auf jeden Fall ein gutes Schwert. Die ganzen Rezepte könnt ihr euch auch wieder mit Läutern auf iTunes oder Crafting Guide anschauen oder in Foren. Ja, dann gibt es noch diese anderen Werkzeuge, diese, dieser Bogen, diese Schaufel, Axt, Spitzhacke und, äh, diese Hau. Ähm, diese alle unzerstörbar, ist es dasselbe Spielen wie mit dem Schwert und die hier sollen auch wieder dafür dienen, dass man irgendwie eine höhere Drop-Chance hat, hier, wenn man, ähm, Essenz, äh, Ohr abbaut, ähm, stand im Internet, dass man eine höhere Chance hat, noch mehr zu bekommen, quasi wie mit Glücksspitzhacken und die haben noch keinen großen Wert, keine Ahnung warum. Ähm, was ich euch noch zeigen kann, ist diese Hau, die hat auch noch kleine Fähigkeit auf jeden Fall und zwar kann ich das hier mal zeigen, wenn ihr Sneak und Restleak macht, dann habt ihr gleich noch mehr, äh, Land gerodet, als wenn ihr nur Normalrechtsklick macht. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, aber, ähm, der unten nutzt sich natürlich nicht ab, also die habt ihr dann auch für ewig, diese, diese Hau. Auf jeden Fall finde ich auf jeden Fall praktisch, aber ist auch relativ teuer, ihr seht hier Extreme Sense, dann Infused Diamond und den macht man sich auch nochmal relativ aufwendig, aber zumindestens gehen die Sachen niemals kaputt. Ja. Ähm, da gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen zu dem Mod, äh, das fügt auch generell andere Nahrung noch ein, wie, äh, wie ihr hier seht und was noch einfügt, sind, ähm, hier, neue Tränke. Diese Tränke sind sehr OP, sind auch wieder sehr aufwendig herzustellen, hier mit diesen Siets wieder, und auch wieder nachgucken, wie die, äh, zu machen sind und, äh, ja, sehr aufwendig auf jeden Fall, man könnte hier wirklich, glaube ich, eine ganze Stunde lang diesen Mod vorstellen, aber ich mache nur diese Mod-Reviews, um einen kleinen Einblick zu bekommen für Skrips, dass man den Mod ein bisschen versteht und der Rest, äh, ist dann quasi eigentlich auch selbsterklärend, finde ich. Ähm, ja, wenn euch dieser Mod geholfen hat, ähm, diese Vorstellung, würde ich mich über eine große Bewertung freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir in den Kommentaren, ich versuche es so dann zu beantworten. Und, ja, dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, als sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Mystery.